Hallo zu diesem Video mit einer Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier geht es um das Ziehen ohne Zurücklegen. Die Aufgabe lautet, in einer Urne befinden sich gelbe und rote Kugeln. Das Zahlenverhältnis von gelben zu roten Kugeln beträgt 3 zu 1. Zwei Kugeln werden zufällig ohne Zurücklegen gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei rote Kugeln gezogen werden, beträgt ein Zwanzigstel. Wie viele Kugeln befanden sich vor der Ziehung in der Urne? Übrigens, wie immer gibt es auch zu dieser Aufgabe ein Arbeitsblatt zum Download. Den Link gibt es hier oben und unten in der Videobeschreibung, damit du aktiv nach- und mitrechnen kannst. Okay, aus der Aufgabenstellung ist sofort klar, dass es sich hier um eine Urnenziehung ohne Zurücklegen handelt. Und dann ist man doch immer gut beraten, wenn man sich den Sachverhalt an einem kleinen Baumdiagramm klar macht. Wir haben also gelbe und rote Kugeln. Und beim ersten Zug können wir eben halt eine gelbe oder eine rote Kugel ziehen. Und auch im zweiten Zug sollten wir wieder eine gelbe oder rote Kugel ziehen können. Ich müsste hier eigentlich noch vorbehaltlich sagen, dass noch genügend rote Kugeln vorhanden sind. Weil wir wissen, dass das Zahlenverhältnis von gelben zu roten Kugeln 3 zu 1 beträgt. Es sind also dreimal so viele gelbe Kugeln wie rote Kugeln vorhanden. Und dieses Verhältnis ist auch gegeben, wenn Vielfache von 3 zu 1 auftreten. Also 3 zu 1, 6 zu 2, 9 zu 3 und so weiter. Für die Problemstellung können wir also genauer formulieren und sagen, dass das Zahlenverhältnis von gelben zu roten Kugeln 3n zu 1n beträgt. Wobei der Faktor n hier eine natürliche Zahl, also 1, 2, 3 und so weiter sein muss. 3n geteilt durch 1n gekürzt liefert natürlich wieder das Verhältnis 3 zu 1. Insgesamt haben wir natürlich am Anfang 3n plus 1n gleich 4n Kugeln in der Urne. Wir müssen halt jetzt nur dieses n bestimmen, damit wir wissen, wie viele Kugeln wir haben. Dann haben wir 4, 8, 12, 16, 20 Kugeln und so weiter. So, als nächstes schreiben wir die Wahrscheinlichkeiten an die relevanten Zweige in diesem Baumdiagramm. Nun, im ersten Schritt eine gelbe Kugel zu ziehen, da ist doch die Wahrscheinlichkeit 3 Viertel. Da sind ja auch noch alle Kugeln da. Also ausführlich geschrieben würde man sagen, man hat 3n gelbe Kugeln. Insgesamt hat man am Anfang 4n Kugeln und 3n durch 4n ist natürlich 3 Viertel. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit beim ersten Zug eine rote Kugel zu ziehen, 1n geteilt durch 4n gleich 1 Viertel. So, per Aufgabenstellung konzentrieren wir uns auf das Ereignis, dass wir 2 rote Kugeln ohne zurücklegen ziehen und die Wahrscheinlichkeit dafür ist vorgegeben als 1 Zwanzigstel. Wir gucken also nur auf diesen Pfad hier und brauchen jetzt noch diese Wahrscheinlichkeit. So, ganz am Anfang haben wir 1n rote Kugeln. Wenn wir jetzt eine rote Kugel gezogen haben, haben wir eine weniger, also 1n minus 1 rote Kugeln. Und die Wahrscheinlichkeit eine zweite rote Kugel zu ziehen ist natürlich also 1n minus 1 geteilt durch die Gesamtzahl der Kugeln insgesamt. Und das waren ja vorher 4n und jetzt, wo wir eine Kugel gezogen haben, 4n minus 1. Jetzt haben wir den vollständigen Pfad, der zu unserem gewünschten Ereignis hier führt. Und entlang eines Pfades werden noch die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das heißt, 1 Viertel mal 1n minus 1 geteilt durch 4n minus 1. Und dieses zusammengesetzte Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 1 Zwanzigstel. Jetzt haben wir eine Gleichung, in der nur noch n vorkommt als Unbekannte und wir müssen halt n bestimmen. Um diesen Faktor 1 Viertel loszuwerden, können wir die Gleichung jetzt erstmal mit 4 multiplizieren. Dann haben wir auf der linken Seite nur noch den Bruch stehen und auf der rechten Seite steht ja 4 Zwanzigstel, was man kürzen kann als 1 Fünftel. Jetzt haben wir auf beiden Seiten hier einen Bruch stehen und dann kann man noch den Bruch loswerden, indem man über Kreuz multipliziert. Das heißt, wir multiplizieren jeweils mit dem Nenner, also einmal mal 4n minus 1 und mal 5. Und dann landet ja die 5 hier als Faktor auf der linken Seite, also 5 mal n minus 1 und auf der rechten Seite landet der Nenner von links unten als Faktor, also einmal 4n minus 1. Ich schreibe jetzt nur 4n minus 1 hin. Dann können wir hier ausmultiplizieren. 5 mal n minus 1 in Klammern ist doch 5n minus 5. Und dann subtrahieren wir auf beiden Seiten 4n. Dann haben wir auf der linken Seite nur noch 1n stehen. Und wir addieren, um diese minus 5 loszubekommen, auf beiden Seiten plus 5. Und dann steht hier doch minus 1 plus 5 gleich 4. Und so haben wir doch schließlich unser n bestimmt. Und wir können antworten. Vor der Ziehung befanden sich 16 Kugeln, also 4 mal n gleich 16 Kugeln in der Urne. 3n gelbe, also 3 mal 4 gleich 12 gelbe. Und 1 mal 4 gleich 4 rote. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. So, wenn es dir geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo und eine Weiterempfehlung. Und bleib noch kurz für den Abspann da, mit wichtigen Infos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download. Damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen. Alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathe hoch 13. Ab Level 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanalmitgliedschafts-Button. Das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao!